Hallo zusammen, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Video. Und zwar heute schauen wir uns den zweiten russischen Panzerbaum an, beziehungsweise die Veränderung, die Wargaming an diesem Baum geplant hat. Und vorne mit dabei ein neuer T-10 Panzer, und zwar das Objekt 268 Version 4. Bevor ihr fragt, was Version 4 ist, gibt es denn da noch andere Versionen? Ja, es gibt eine andere Version, und das ist die Version 5. Eine auf der IS-8 basierendem, oder T-10 basierendem, Objekt 268 mit einem 365 Grad drehbaren Turm. Diesen Panzer gibt es schon ziemlich, ziemlich lange im Spiel, und ja, wir wissen immer noch nicht ganz genau, was mit diesem Panzer passieren wird. Aber nun ja, was werden wir machen? Wir werden uns zuerst die Stats vom T-10 Panzer angucken, und dann vergleichen wir die Stats von den alten mit ihren neuen Panzer-Stats, und das wäre es dann auch schon gewesen, plus gebe ich am Schluss noch meinen persönlichen Senf dazu. Weil, ja, die Veränderungen sind ziemlich interessant. Aber nun, so sieht der neue Tree, oder der alte Tree aus. Der alte, Su-6-3 auf Tier 10, dann Su-122-54 auf Tier 9, Su-101 auf Tier 8, und auf Tier 7 die Su-100-M1. Diesen Panzer wird leider verschwinden, und wir wissen noch nicht, was mit dem passiert. Wir wissen auch, das Objekt 416 wird auch verschwinden, mit dem Changes zu der Objekt 430-Linie, oder 430-U-Linie dann. Aber nun ja, ihr seht, alle Panzer werden eine Stufe runtergestuft, außer die Su-100-M1, die verschwindet komplett. Aber nun ja, schauen wir uns doch mal das große Prachtstück auf Tier 10 an, das Objekt 268-Version 4. Und ich möchte es nicht mit dem Version 5 vergleichen, sondern mit dem 263er-Objekt. Weil, ja, hey, es am Schluss verändert es, oder tauscht es ja diesen Panzer aus. Aber nun, das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich alle Stats dieser Panzer anschaue, ist, mehr Frontpanzerung, schlechtere Genauigkeit, schlechtere DPM, also ein neuer Durch- oder Sturmpanzerbaum, würde ich jetzt mal sagen. Wirklich ein Panzer, ein Durchbruchspanzerbaum, oder das trifft es ziemlich gut. Etwas wie der neue Franzose, ähm, nicht Franzose, ähm, der neue chinesische Panzerbaum, oder ein bisschen wie die T28, T95, E3-Linie. Aber nun ja, ihr kriegt 2.100 Hitpoints, eine Maximalgeschwindigkeit von 55 km pro Stunde vorwärts und 22 km pro Stunde rückwärts, was wirklich ziemlich nice ist. Eine Wanddrehgeschwindigkeit von 21 Grad pro Sekunde und eine Sichtweite von 370 Meter. Und da fangen schon die Veränderungen an. Ihr kriegt 200 Hitpoints mehr, oder Strukturpunkte mehr, was ja ziemlich nice ist. Die Geschwindigkeit bleibt gleich, außer die Rückwärtsgeschwindigkeit. Ihr seid ein bisschen, habt ihr was von den Franzosen abgekriegt, weil ihr seid schneller rückwärts, ganze 2 km haben. Dafür ist die Wanddrehgeschwindigkeit nicht mehr so gut, 21 Grad pro Sekunde ist meh, aus meiner Sicht. Und ja, was haben wir sonst noch? Die Sichtweite, die Sichtweite geht auch ziemlich runter, um 20 Meter, und das ist viel aus meiner Sicht. Wieso ist das viel, fragt ihr euch jetzt sicher. Und ja, 370 Meter, mit der kriegst du definitiv nicht die 445 Meter Sichtweite, die du haben möchtest. Mit 390 kriegst du das ziemlich lässig hin mit Ansetzer, äh, mit Lüfter, äh, Ansetzer, Bier besser gesagt, ähm, Lüfter je nachdem. Und natürlich auch ein paar Crew-Skills, aber Lüfter, also Waffenbrüder und die Coded Optics, die Optiken, die reichen eigentlich dafür auf. Und ich kann das beweisen, weil mein WZ-113 TD, der hat diese 390 Meter Sichtweite. Was wirklich toll ist eigentlich. Aber nun ja, was hat sich noch so verändert? Die Panzerung, ja, die bleibt gleich. Entschuldigung. Aber die Kanone verändert sich. Es wird anstatt eine 130 Millimeter Kanone eine 750 Millimeter, ähm, 130 Millimeter, eine 130 Millimeter Kanone, und ihr kriegt dann eine 152 Millimeter Kanone mit. Den langweiligen 750 Alpha Charm, da stoßt es mir schon ziemlich sauer auf. Das Optik 263 war ein Sniper-Panzer. Oder auch ein toller Durchbruchspanzer mit extrem tollen DPM. Und ich persönlich fand den Panzer nicht extrem stark, weil mit Gold kommt man mehr oder weniger einheitlich ziemlich gut durch. Weil, hey, die Unterwanne ist ziemlich schwach. Die Oberwanne ist ziemlich stark dafür, das ist auch ziemlich stark. Die Kanonenblende, je nachdem wo du triffst, ist ziemlich schwach für so einen Panzer. Und ja, plötzlich machen sie das weg. So, ja, DPM 3200, was ein phänomenaler Wert ist. Und tauschen aus für eine 750 Alpha Kanone mit 21 Sekunden Nachladezeit. Jetzt mal ohne Scherz, das ist schlecht. Wir können es gleich nochmal ausrechnen, das sind ja 60 Sekunden geteilt durch 21,4 mal 57 Schaden 2100 DPM. Das sind 1100 DPM weniger als das Optik 263. Und das ist schon mal passiert mit dem Foch 155 und dem Foch B. Und ja, der 155er wird nicht wirklich gefahren. Und der ist auch wirklich nicht wirklich gut. Weil einfach der DPM so grottig ist. Und da habe ich echt Angst, weil auch die Genauigkeit geht auf 0,45 hoch. Das ist eine der ungenausten Werte, wenn es keine Derpgun ist. Das ist, glaube ich, sogar ungenauer als der Wert vom 183er TD. Den ungenausten TD auf Stufe 10. Ja, er ist wirklich ungenauer. Und das schmerzt. Wirklich. Wieso soll der Panzer Spurs nicht so eine schlechte Genauigkeit haben? Und ja, die Einzelzeit, die geht ja noch. Aber trotzdem, ich verstehe es nicht. Dafür kriegt noch ein Grad bessere Grand Depression. Juhu. Nun, was wir leider beim englischen Video noch nicht hatten, sind die Armors. Oder die Armor Values, die wir sehen können. Die Seitenpanzerung. Die hat sicher hier mal ein bisschen Shotpanzerung, was mühsam ist. Und die Unterwand ist aus meiner Sicht extrem stark gepanzert. Guckt euch das mal an. Das sind 250 bis 290 Millimeter Panzerung. Plus, das da oben ist kein Weakspot aus komischer Weise. Finde ich echt interessant. Dafür, der komplette Aufbau ist extrem stark gepanzert. Plus, das hier hat einen so starken Winkel, obwohl es nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, 140 bis 100 Millimeter Panzerung hat. Ich schätze 140. Ja. Wäre man doch sehr, sehr Probleme haben, da durchzukommen. Und die oben da, ja, wenn du da draufschießen kannst, dann hat das Objekt 268 Version 4 einen Fehler gemacht. Die Seitenpanzerung ist bei 100 Millimeter. Mit dem könnt ihr dann sogar noch ein bisschen Sidescrapen. Und ja, also Durchbruchspanzer stimmt ziemlich genau ein, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin auch ziemlich gespannt, wie sich das dann auch anspielt. Aber wirklich 21 Sekunden Nachladezeit. Mein Jagdpanzer 100 hat eine bessere Nachladezeit als das. Das steht bei 21,21. Klar, mit Ansätzen, mit Lüfter, mit Optik, äh, Ansätzer, Lüfter und Brothers in Arms. Aber, ja, Mann, 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 Mann. Nun ja. Wir haben jetzt schon lange über den Panzer diskutiert. Was gibt es denn noch für Veränderungen? Am besten das 263er. Wie ihr sehen könnt, er verliert 100 HP, was nicht sehr viel ist. 30 Meter Sichtweite, was sehr, sehr viel ist. 10 Grad, ähm, Wanddrehgeschwindigkeit, was, ja, auch ein ziemlicher Wert ist. Plus, ähm, Genauigkeit verliert er von 0,31 auf 0,45. Die Einzelzeit ist dafür ein bisschen schneller mit 2,2 Sekunden. Und, ja, 290, äh, Durchschlagskraft gegen 270 und 330 gegen 300. Und er lädt 6 Sekunden länger nach. Und ich weiß, ja, wir gehen weiter durch die Sätze und dann gebe ich euch meine persönliche Meinung zu diesen Veränderungen. Der T-8-Panzer, der kriegt einen Panzerungs-Buff von 120 auf 150, da, oh, Entschuldigung, von 100 auf 150. Das heißt also, höchstwahrscheinlich, wie wir es gesehen haben, wird das hier alles 150 Millimeter dick sein. Und das ist dann schon ziemlich stark und würde dann auch zeigen, hey, der Panzer ist schon dafür gedacht, ein Durchbruchspanzer zu sein. Was wirklich, pff, nicht schlecht ist. Aber nun ja, 40 Meter Sichtweite weniger, 430 HP ist weniger. Ja, 4, nee, 3,6, 3,5, 6 Sekunden längere Nachladezeit. 0,11, ungenauer. Ja, 2,3 Sekunden Einzelzeit, wuhu, 0,1 Sekunden schnellere Einzelzeit. Und dafür ist er noch ein bisschen schneller. 55 Kilometer Topspeed, 18 Kilometer pro Stunde rückwärts. Das ist natürlich gegen 48 und 14 eine Veränderung. Aber ja, ihr seht, die Kanonen sind extrem ungenau, haben extrem, oder haben gute Panzerung, würde ich jetzt mal sagen, aber ohne Ende schlechten DPM. Wirklich, das ist mühsam. Das wäre wirklich nicht toll. Die Su-101, die kriegt, oder verliert besser gesagt ihre Kanone, die sie erst kürzlich gekriegt hat, die 122 Millimeter Kanone. Er kriegt wieder die 100 Millimeter und ich glaube, Tier für Tier wird die Su-101 der stärkste Panzer sein. Allein schon, der DPM ist nicht zu schlecht. Die 320 Alpha Schaden auf Stufe 7 sind stark. Und dazu kommt, er kriegt 130 Millimeter Panzerung. Momentan hat der Panzer 120 Millimeter. Das heißt, höchstwahrscheinlich hier der Aufbau wird nochmal ein bisschen stärker. Das sind dann nicht mehr 190, sondern 100 bis 200 Millimeter Panzerung. Und ja, vielleicht werden sie hier auch noch was machen. Klar, die D-Sports bleiben, aber wenn ihr Hulldown mit dem Panzer stehnt, dann habt ihr ziemlich gute Panzerung. Und er ist vor allem gegen Tier 7-Panzer. Aber jetzt kommt der größte Clou. Klar, ihr seid ungenau. 0,4 Genauigkeit. Klar, ihr habt eine längere Nachlautzeit aus der Stufe 9er. Äh, Stufe 8er. Klar, ihr verliert 140 HPs. Die Geschwindigkeit bleibt aber gleich. Die Sichtweite, die, ja, ihr verliert ja auch 30 Meter. Das ist auch ziemlich viel. Aber, jetzt kommt das große Aber. 219 Millimeter Durchschlagskraft auf Stufe 7. Das ist ziemlich stark. Da gibt es Premium-Panzer, die haben weniger mit Gold als der Panzer mit AP. Plus 330 Hit. Und das ist mir ein bisschen so, boah, what is this? Ich habe den T-34-2GFT gefahren. Der Tier 7-Panzerzerstörer der Chinesen. Und ich habe ihn sehr, 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 sehr gemocht, weil halt du den Alpha-Schaden hattest. Und weil du halt auch diese One-Shot-Potential hattest. Und eine ziemlich gute Durchschlagskraft. Die hattet ja 192 und 250 mit Hit. Dieser Panzer da drüben. Der da hat einfach nochmal 80 Millimeter mehr Hit-Durchschlag. Und ich glaube, der Panzer, wenn er eine ordentliche Karma hat, freut er sich auf Tier 9-Gefechte. Weil, oh, guck mal. Ich bin ein Typ hier schwer. Ich fahre ein bisschen rum mit meinen Schuppenguten-Armor. Das ist mir so egal, wer auf mich schießt. Und dann kommt der T-D und sagt dir, hey, dude, ich habe 330 Millimeter Hit-Durchschlag. Das heißt, ich habe bei dir mehr oder weniger Autopern, wenn ich auf deine flachen Stellen treffe. Und er dann so, ach nein, das tut aber weh. Boah, gimme, bitte, bitte, gib mir wieder Panzerung. Nein, also 300, Entschuldigung für dieses dumme Intermezzo, aber 330 Durchschlagskraft mit Hit ist enorm. Also, ich glaube, da muss noch was verändert werden. Als letztes können wir uns ja noch den Panzer mit der Su-100 M1 angucken. Und das sind schon einige Veränderungen, allein schon von der Kanone. Wie gesagt, ihr habt 95 Millimeter mehr Durchschlagskraft. Ihr habt mit Hit, also mit Premium-Munition. Klar, der DPM ist, glaube ich, nicht mehr so gut. Können wir auch noch ganz kurz ausrechnen, damit wir hier Stats haben. 60 geteilt durch 8 sind 7,5 mal 320. sind 2.400 und das ist noch der beste DPM von allen Panzern. Das ist schon ziemlich viel. Aber nun ja, meine persönliche Meinung, hätte diese Changes, diese Veränderungen gebraucht, nein. Wieso? Das war ein toller Panzerbaum, der war gut im Sinne von, hey, ihr konntet snipen, ihr hattet gute Panzerungen, ihr konntet vorwärts machen. Und jetzt plötzlich verändern sie das komplett, machen sie das den Berg runter. Und wieso? Das Objekt 268 ist nicht ein guter Sniper-Panzer. Es ist kein Objekt 263. War das 263 zu stark? Und vor allem, sie nehmen, wie soll ich sagen, Diversity im Englischen heißt das, die Chance oder die Möglichkeit, auszuwählen, was man haben möchte. Jetzt haben wir auf Tier 10 der beiden TDs nur noch Einheitsbrei. Wir haben eine 1051er-Kanone, wir haben eine 1050er-Kanone, Dutzende von 750 Alpha-Kanonen und die 400 Damage-Kanone von dem Fog B. Ansonsten, alles ist gleich. Und das ist einfach nur schade, finde ich. Weil der Panzer war spezial, er war ein Nischen-Panzer und hat Spaß gemacht. Und jetzt machen sie das plötzlich alles weg. Ich hoffe, sie überlegen sich das nochmal sehr, sehr gut und machen diese Panzer vielleicht doch nochmal ein bisschen anders. Ich verstehe es super. Ich finde das Konzept interessant, dass jemand einen richtigen Durchbruchspanzer baut oder ins Spiel bringt. Aber mit so schlechten DPM, mit so Ungenauigkeit, ich weiß es nicht. Aber nun ja, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich missen mit einem Abo, mit einem Kommentar, mit einem Like und auf Wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.